ja hallo und herzlich willkommen meine freunde ich bin's wir mal ganz schaut und hier haben wir den status report vom 24 mai 2016 ja in diesem status report geht es um drei hauptpunkte diesmal und zwar um den stand der experimental version dann einmal um tote körper und wann sie verschwinden und dann haben wir noch einmal den stand des animationsteams ja zum stand der experimental version da haben wir einmal den stand der aktuellen bugs ich habe das einmal ein paar rubriken unterteilt und zwar einmal in bugs die behoben wurden in bugs die zum teil behoben wurden und ja zu bugs die zurzeit noch in der bearbeitung stecken kommen wir einmal zu den gefixten bugs das sind einmal das fehler nachrichten beim aufheben von items mit attachments die dann in das inventar verschoben werden dann einmal item verlust beim ausloggen mit in der hand gehaltenen rucksack dann haben wir die momentan bekannten ursachen von server crashes klient crashes aufgrund des neuen renderers klient crash bei rückkehr ins hauptmenü sind behoben back anzeige versteckt kleidung des spielers ist auch behoben klient crashes bei verbindung mit neuen servern sind behoben straßen werden durch bäume gerendert ist auch behoben ja dann kommen wir jetzt einmal zu den bugs die bereits zur hälfte gefixed sind oder wo der fix zurzeit getestet wird da haben wir einmal den bug dass der klient bei bestimmten grafikeinstellungen im black screen gefangen wird da haben wir den bug der zurzeit noch bearbeitet wird und das ist das zufällige wechseln von waffen attachments zwischen spieler händen und waffen über dieses bugs hinaus gibt es aber noch einige kleine features die in den kommenden experimental versionen noch verändert werden sollen wie zum beispiel der loot spawn in neuen strukturen die überarbeitete chance für item spawn in item inventaren dann noch einmal das waffen für heli crashes vorübergehend noch in allen militärstrukturen spawnen dann einmal zufälliger loot bei den infizierten das wird vermutlich in 0.61 implementiert und dann haben wir noch einmal die häufigkeit von ladehemmungen vorerst zu reduzieren am rande bitten wir uns noch mal kurz dem renderer dem neuen und dort wurden auch noch mal einige fortschritte bei kleineren elementen gemacht und das sind einmal die schatten von dynamischen lichtern und einmal das ersetzen des alten partikelsystems ja das entwickler team plant schon bald wieder eine neue experimental version zu veröffentlichen und dankt auf jeden fall bislang uns beziehungsweise natürlich auch euch und den ganzen anderen 196.000 unterschiedlichen testern die dem fortschritt der experimental ungemein geholfen haben und damit seid halt auch ihr beziehungsweise sind wir gemeint gerade dadurch dass wir natürlich die bug reports bzw die bugs natürlich reporten und so natürlich den entwicklern helfen möglichst schnell alle fehlerquellen auszumerzen ja kommen wir jetzt zum nächsten punkt auf der liste und zwar zu den toten körpern und wann sie verschwinden ja während die toten körper von überlebenden momentan ja nach zehn minuten verschwinden ist es das zieleentwickler diese zeit zu verlängern in einer idealen welt halt bis zum server restart um das zu erreichen müssen alle performance lastigen aspekte der charaktere nach ihrem tod beendet werden damit sie natürlich da die server performance nicht weiter runterreißen auch die implementierung von lebenszeiten von items mit anschließendem diesborn wird hierbei förderlich wirkender ein weiteres ziel für tote körper ist es dass überlebende aus diesen weitaus mehr informationen sammeln können also das soll heißen dass man zum beispiel anfängt mit arten der leichen beseitigung wie das bekannte zerstückeln vergraben und natürlich verwesung die dann geilerweise optisch durch partikel fliegen und deren sounds dargestellt werden soll ebenso natürlich wie wunden an den fatalen stellen des weiteren sollen elemente wie bartwuchs und blutige hände welche mit den späteren versionen implementiert werden sollen ebenfalls bei leichen erhalten bleiben mit all diesen elementen liebe freunde sollen leichen weitaus mehr aufschluss über den charakter dessen leben und ablegen geben sehr geil gemacht auf jeden fall dass sie sich dann noch so reinhängen und auf so detail so viele details eingehen ich meine wer jetzt schon ewigkeiten über dass es da nicht vorangeht oder sonst irgendwas aber alter guckt euch doch mal die breite an die 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 detail dichte welches spiel ist so auf details aus wie dieses game ich kenne auf jeden fall keins wo wirklich so viele details darauf kommen natürlich kennt man vergleichbare die ähnliche systeme nutzen beziehungsweise ähnlich funktionieren aber in der detail dichte muss ich ganz ehrlich sagen ist die daisy standalone noch mit abstand die detaillierteste beziehungsweise genaueste was so kleine mini feinheiten angeht auf die ich selber teilweise nicht mal gekommen wäre lasst mir auf jeden fall mal in den kommentaren wie ihr die ziele findet die die entwickler damit verfolgen und ob ihr das auch geil findet oder ob ihr sagt du pass auf die sollen endlich weitermachen dass das spiel in der endphase kommt noch diese ganzen kleinen details und so weiter die interessieren mich nicht ja kommen wir zum letzten punkt und zwar zum stand des animationsteams das animationsteam arbeitet weiterhin an der erstellung neuer animationen und ihrer implementierung fokus der letzten wochen waren wohl verletzten bewegungen anbau von waffen attachments und weitere angriffe für die infizierten das team hat zudem weiterhin im auge auf mögliche optimierung im bereich der spieler kamera in erster und dritter person hierbei soll sich das kamera verhalten besser an den bewegungen des spielers anpassen ja meine freunde das war's wieder mit dem status report kurz und bündig die wichtigsten informationen zusammengefasst ich hoffe dass das video euch gefallen hat gibt mir doch einen daumen nach oben wenn es so war falls nicht einfach konstruktive krieg wie immer in die kommentare und liebe freunde bis zum nächsten mal wünsche ich wie immer was euer ganz hat bis zum nächsten mal